Jo Freunde, hallo und herzlich willkommen hier beim neuen Vlog. Nur ganz kurz, ich habe heute das neue YouTube-Kanal-Design gesehen, beziehungsweise das allgemeine YouTube-Design, und wollte eure Meinung mal wissen, wie findet ihr das? Gut, schlecht? Viele von euch werden es vielleicht noch gar nicht sehen, aber ja, es ist irgendwie schlichter und meiner Meinung nach anfangs erstmal unübersichtlicher. Aber das kann sich ja noch ändern, wenn man sich da ein bisschen reinfummelt. Es ist ja irgendwie gang und gäbe, dass sich jeden Monat das YouTube-Design irgendwie mal ändert. Naja, wie findet ihr es im Allgemeinen, dass YouTube seine Designs andauernd ändert? Es ist schwer für YouTuber, weil man findet sich gerade in ein Design rein und lernt da alles kennen, weiß, wie da alles verwaltet wird und dann kommt ein neues. Nein. Wir drehen morgen die neue Folge Ist nicht dein Ernst, dann kommt am Sonntag die neue Folge, und zwar Ist nicht dein Ernst Reloaded. Und jetzt, ja, wie das aussehen wird, werdet ihr sehen. Wir sehen uns am Sonntag oder morgen. Bis dann, Leute. Bis dann, Leute. Bis dann, Leute. Bis dann, Leute.